Ja, ich fand das super toll. Die Zeit verging so schnell und es wurden einfach alle Fragen, was man so mit sich geschleppt hat, total gut beantwortet und hat aber auch super Spaß gemacht. Und ja, ich würde am liebsten, dass man noch mal eine Woche dran hängt, weil es ist so schnell die Zeit vergangen einfach. Es waren so viele Themen, so viele Strukturen, die man durchgegangen ist. Das einfach war super toll. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es wird auch alles so erklärt, dass man das in den Alltag sofort integrieren kann. Es wird auch sehr anschaulich erklärt, mit vielen Beispielen aus dem Alltag und einfach mit lustigen Beispielen auch. Das macht das Ganze natürlich dann wesentlich einfacher fürs Lernen und das bleibt dann auch besser im Gedächtnis. Und wenn dann das dann kurz abends oder frühes dann kurz wiederholt wird, dann erinnert man sich schon an so lustige Szenen. Ein tolles Lernen. Ich merke immer wieder, dass es sehr viel Aufwand ist, die Mitarbeiter einzulernen. Und wenn ich mir jetzt einfach da Videos mache für wirklich jeden strukturierten Punkt, dann weiß ich einmal, es gibt wirklich Anleitungen dafür, wo wir uns Gedanken gemacht haben. Und man muss es nicht jedes Mal neu machen. Also das ist etwas, was man sofort umsetzen will. Dann, dass auch die Struktur in der Behandlung stärker konsequent umgesetzt wird. Dass es da wirklich so einen Fahrplan gibt. Klar, man hat sich vorher gedacht, okay, ich habe das im Kopf. Aber es ist doch besser, man schreibt sich das tatsächlich mal auf und hält sich wirklich konsequent daran, weil im Endeffekt habe ich dann weniger Stress, sich irgendwelche Sachen aus den Fingern zu saugen. Sondern ich kann mich einfach an meinen Plan, den ich mir auch schon vorher überlegt habe, halten. Den Wachmann-Kies und die 5-Sekunden-Modellanalyse, die helfen auf jeden Fall sehr schnell einen guten Überblick über die Fälle zu bekommen. Und da sich auch sehr schnell ein Bild machen zu können über den Patienten. Was sind die wichtigen Punkte? Was muss ich mir anschauen? Was sind also wirklich Schlüsselpunkte, wo ich was tun muss? Also wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, ist schon gut. Es geht auch wirklich in alle, also in allen Ebenen kann man da was rausholen. Und besonders, also ich war schon ein bisschen erfahrener, konnte mir da auch ziemlich viel rausziehen. Einfach weil es dann auch sehr tief geht für also die ganz detaillierten Fragen. Und das war für mich, also für mich war es sehr gut. Das war echt super. Also es war eine kleine Gruppe und diese kleine Gruppe, die hat sich auch sehr schnell zusammengefunden. Wir haben uns dann wirklich offen alles sofort sagen können und sofort unsere Vermutungen äußern können. Das war echt ein tolles Miteinander, muss ich sagen. Ich vermisse jetzt schon. Es ist immer toll, Leute zu treffen, die dann sich eben für die gleichen Sachen auch interessieren. Das war für alle super.